Das richtige Fundament für Ihr Haas Haus ist die Bodenplatte. Auf die frostsichere Schüttung wird eine Isolierung aufgebracht, dann wird eine Folie verlegt und darauf die Bodenplatte gegossen. Man sieht da sehr gut, die Bodenplatte besteht aus einer Unterarmierung und einer Oberarmierung. Die Oberarmierung fehlt da noch. Zwischen den Armierungen wird auch ein Erdrungsband verlegt, was ganz wichtig ist. Und im Zuge der Bodenplatte werden auch schon Entwässerungsanschlüsse vorbereitet. Wir verwenden eine sogenannte Dichtflansch. Nachdem die obere Armierung da verlegt wird, wird das Ganze ausgerossen, damit wir ein standsicheres Fundament für das Haas Haus haben.